Ich bin sehr gespannt, wer heute spielt. Hier kommt der Jäger. Hallo zusammen, ich bin leider kein Jäger der eben eingeblendeten Sendung, aber vielleicht bin ich gerade deswegen der richtige Kandidat für 500 in QuizArena, denn ich beantworte Fragen schnell ohne lange nachzudenken und habe auf fast alle Fragen eine Antwort. Zuerst mal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich gerade eventuell etwas steif gewirkt habe. Das liegt so ein bisschen an der Aufregung, weil ich sowas halt sehr selten mache und ja, dann würde ich jetzt gerne mal mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sven Gerstmeier, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Solingen und bin Callcenter Agent seit Ende des Jahres 2016 bei der Firma Sykes, die ebenfalls hier in Solingen ansitzt. Meine Hobbys sind Quiz im Quizverein spielen, das mache ich seit Ende 2015 im Dezember und ich seitdem habe ich auch an vielen Turnieren schon teilgenommen, an der Quizliga, die jeden Monat einmal ausgetragen wird und im Juni war ich auch letzten Jahres bei der WM und bei der Deutschen Meisterschaft Hannover habe da teilgenommen und ja und bin dann sonst auch gehe ich gerne ins Kino, ich schaue Serien im Fernsehen, auch Quizshows schaue ich mir gerne an, da lasse ich eigentlich nichts aus und twitter auch gerne dazu und ich habe noch zwei Katzen, das sind einmal die schwarze Mila, die wir hier gerade im Bild sehen und einmal Lissy, sind beide ungefähr drei Jahre alt, fast drei Jahre und sind jetzt seit zweieinhalb Jahren bei mir und es macht Spaß mit. Obwohl ich noch nicht so lange im Quizverein spiele, habe ich bereits einen Titel herum und zwar bin ich im November 2016 Nordrhein-Westfälischer Team Quizmeister geworden, zusammen mit drei eins Kameraden, dafür habe ich dann diese Medaille hier bekommen, die wir gerade hier auf dem Foto noch ein bisschen besser sehen können. Dann bin ich noch bei Quizduel, spiele ich auf meinem iPhone und dort bin ich bei den besten 50.000 in Deutschland mittlerweile. Da habe ich mich von einer Million hin gearbeitet. Jetzt auch schon über ein Jahr, wo ich jetzt daran bin, das zu erreichen und ich kenne bei RTL Gewinner, bei Quizshows mitgemacht haben und bei Werb immer näher, Leon Windscheitz, sein Vater war von 1991 bis 1997, war der mein Klassenlehrer, man kann mal sehen, wie klein die Welt denn ist. Und Michael Marci, der bei 500 Post abgeräumt hat, den kenne ich auch persönlich, der hat bei der Deutschen Meisterschaft im Juni letztes Jahr am selben Tisch gesessen wie ich und ist auch interviewt worden und auch ich bin ein Video von der Fernsehanstalt, die ihn interviewt hat, auch zu sehen. Sollte ich viel Geld gewinnen bei 500, dann würde ich mir erstmal mal eine Reise nach Japan leisten. Da wollte ich immer mal hin, weil ich ein großer Anime Fan bin und da würde ich eventuell, wenn es reicht, auch ein paar Monate gerne verbringen und ansonsten würde ich mir gerne ein Haus bauen oder kaufen, dann würde ich allerdings ein Zimmer komplett für meine Katzen einrichten, da würden dann jede mein Kratzbäume drin sind, Bretter an den Wänden, wo die beiden klettern können und einfach Spaß haben können und das wäre der Traum, den ich mir da gerne erfüllen würde, wenn es denn klappt mit dem großen Gewinn bei der Show oder die Gelder. Drei Mal! Vielen Dank.